Das Bundesland Kärnten in Österreich gilt als eines der beliebtesten Urlaubsgebiete des Alpenstaates. Besonders deutsche Gäste bevorzugen diese Region. Die meisten Besucher kommen mit dem eigenen Pkw. In einem Tag ist man da. Da, wo es so ist, wie man sich Österreich vorstellt. In Feld am See, einem kleinen Ort in Kärnten, befindet sich der Brennseehof. Kein zweites Hotel Österreich kann mit einem so umfassenden und gleichzeitig perfekten Angebot aufwarten, wie das Vier-Sterne-Hotel von Erika und Siegfried Palle. Wir haben ein sehr umfangreiches Angebot mit Wassersport und Golfen, Mountainbiken. Aber unser Schwerpunkt ist absolut das Tennis. Beim Tennisspielen trafen wir hier alle Altersgruppen an, von 7 bis 70. Hier bei den morgendlichen Übungsstunden mit der Trainerin erlebt man vielleicht die möglichen Stars von morgen. Also wir fangen an mit 5 Jahren. Also es gibt auch kleinere, aber eher mit 5 Jahren. Spaß macht's allen, auch wenn die Jungen hier gefordert werden. Und was gefällt am besten? Ähm, Tennisspielen. Ähm, die Tennisplätze und der See, meine ich. Wir haben hier beim Hotel 9 Tennisplätze, haben aber noch 5 weitere Tennisplätze im Ort, die bequem mit dem Fahrrad erreichbar sind. Und wenn wir noch mehr brauchen bei Saisonvorbereitungen, dann können wir das auch organisieren mit den Nachbarortschaften. 751 Meter hoch liegt die Hotelanlage. Spielanlage. Romantik pur. Und die hauseigenen Tennisplätze liegen direkt vor der Tür. Die Tennisplätze sind eigentlich inklusive. Und das funktioniert so, dass dann ich hier als Kontaktperson immer der Ansprechpartner bin und organisiere das alles, so damit jeder genügend zum Tennisspielen kommt. Professionelle Trainer stehen für Spieler aller Leistungsklassen zur Verfügung. Alles für Familien mit Kindern. Das ist das Motto seit 1989. Familien als Gäste standen schon immer im Blickfeld von Erika und Siegfried Palle. Wohl auch, weil die beiden selber Eltern von drei Kindern sind. Der Ort Feld am See ist klein und überschaubar. Der Brennsee vor dem Hotel hat beste Wassergüte und erreicht 25 Grad Celsius Wassertemperatur. Letzte Trockenübung vor dem Start unter der Anleitung der Surfprofis. Und den Oberkörper drehen wir dann durch. Das Besondere ist, dass in allen Sportarten nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene immer auch mit professionellen Trainern versorgt sind. Wie gut das funktioniert, wird gleich von dieser Gruppe bewiesen. Vor zwei Tagen waren es noch blutige Anfänger und jetzt stehen sie schon richtig im Wind. Neben dem Surfschein kann man hier locker auch den Seglerschein in den Ferien machen. Dafür sorgt die Sportschule Kreiner, ein Kooperationspartner des Brennseehofs. Als Mitglied bei den Europa Kinderhotels zählt der Brennseehof zu den allerbesten Hotels speziell für Familien. Über 60 Stunden Kinderbetreuung in der Woche, ein eigenes dreistöckiges Kinderhaus als Spielparadies und großzügige Familienzimmer sind selbstverständlich. Sportlicher Familienurlaub wird ja durch Wohlfühl- und Wellnessangebote ideal abgerundet. Daher haben die Palace in ihrem Hotel schon 1992 begonnen, Wellnessprogramme anzubieten. Mit der Errichtung des neuen Wellnessbereichs direkt am Brennsee im Jahr 2008 ist das 4-Sterne-Superior-Haus in die Liga der attraktivsten Familien-Wellness-Hotels aufgestiegen. Seither kann jeder Gast aus 7-mal Wassererlebnis und 8-mal Saunaspaß wählen. Vier Therapeutinnen und ein Therapeut erwarten die Gäste des Brennseehofs im Asia-Wellness-Center. Sie alle sind Experten auf ihrem Gebiet. Beauty- und Körperbehandlungen sind ebenso selbstverständlich wie Maniküre und Pediküre. Die abendlich beleuchteten Pools geben der Anlage ein besonderes Flair. Das Essensangebot ist immer kindgerecht. Beim wöchentlichen Gala-Dinner für alle Gäste sitzt der Chef des Hauses persönlich am Klavier. Und wer nach dem Essen noch Entspannung sucht, genießt seinen Drink bei abendlicher Livemusik. Ein neuer Ferientag beginnt mit einer neuen Frage. Welche der 25 angebotenen Sportarten betreibe ich heute? Die beiden haben sich für Tennis und Biken entschieden. Vor dem Traktor warten Eltern mit Kindern. Ihr Ziel eine Bergwanderung. Hier machen sich die Nordic Walker bereit. Wir werden alle wiedersehen. Man könnte natürlich auch mit einem klimatisierten Bus auf den Berg fahren. Nicht so, wenn man die Ferien bei Familie Palle verbringt. Schon die Anfahrt zum Gipfel wird zum Erlebnis für Jung und Alt. Denn es geht mit dem Trecker auf den Berg. Was hier besonders zählt, ist das Gemeinschaftserlebnis von Eltern und Kindern. Und welches Stadtkind freut sich nicht, endlich einmal einen Esel streicheln zu dürfen. Zwei Wanderrouten stehen zur Auswahl. Aber egal welcher Weg eingeschlagen wurde, Hunger haben jetzt alle. Wenn der Papa nun auf dem Tennisplatz ist, die Mama macht Nordic Walking, was macht das zweijährige Kind inzwischen? Wir bieten ganztägige Kinderbetreuung an. Sehr professionell, von 9 bis 21 Uhr. Und kümmern uns dann um den Kleinen. Und dann braucht sich Papa keine Sorgen machen. Nordic Walking ist eine der 25 verschiedenen Sportarten, die hier angeboten werden. Wie man erkennen kann, hat diese Gruppe den Rhythmus der richtigen Schritte, der Stockbewegung und der Atmung schon voll im Griff. Und gut drauf sind natürlich auch alle. Wer sich entschließt, den Berg mit dem Mountainbike zu erobern, sollte körperlich schon fit sein. Und zwar werden die Räder auf Wunsch gestellt, die nötige Kondition sollte man aber schon selber mitbringen. Die Belohnung auf dem Gipfel, der Blick ins Tal. Für die hier angebotenen Touren sollte man allerdings schon etwas Übung und Erfahrung haben. Es müssen aber nicht immer Bergabfahrten sein. Bekanntlich kann ein Radwanderweg rund um einen See herum nicht bergig sein. Und den gibt's wörtlich eben auch. Die besondere Kombination aus Familie, Sport und Wellness kommt bei den Gästen sehr gut an. Das zeigen auch die regelmäßigen Auszeichnungen des Hotels durch das unabhängige internationale Hotelbewertungsportal HolidayCheck. 2009 schaffte es der Brennseehof bei HolidayCheck unter die 99 weltweit beliebtesten Hotels des Jahres. Und im Jahr 2010 wurde dem Haus der HolidayCheck Special Award in der Kategorie Sport und Unterhaltung verliehen. Als einzigem österreichischen und einem von fünf Hotels weltweit. Unsere Erklärung, woran das liegt, die Familie ist das Konzept. Der Gast fühlt sich wohl. Herzlich Willkommen in die Brennseehof. Unsere Bewertung für Eltern mit Kindern uneingeschränkt empfehlenswert. Hier stimmen Preise und Leistung. Weitere Informationen unter www.brennseehof.com